Alois Kainz von der FPÖ ist am Wort. Der Tierschutz ist ein Thema, welches nicht nur tierliebende Menschen betrifft und Besitzer eines Tieres besorgt. Nein, vielmehr sollte es uns alle zum Nachdenken anregen, denn immerhin zählen tierische Produkte zur Hauptmahlzeit der Menschheit. Österreich nimmt in den Tierschutz EU-weit eine Vorreiterrolle ein und wir sollten uns damit nicht zufriedenstellen. Aus dem Tierschutzbericht 2019 geht hervor, dass es 2017 und 2018 zahlreiche Neuerungen gegeben hat. Zum Beispiel wurde ein Verbot erlassen, Hunde und Katzen in Zofachhandlungen zu halten und es wurde auch eine Verordnung betreffend der Sonderhaltung von Tieren in Tierheimen, Tierpensionen und Gnadenhöfen erlassen. All diese Maßnahmen begrüße ich und wir gehen damit sicher einen Schritt in die richtige Richtung. Dennoch haben wir einen enormen Verbesserungsbedarf im Bereich der Tiertransporte. Seit Jahrzehnten werden Tiertransporte von vielen Seiten kritisiert und bedauert, aber passiert ist wirklich nicht viel. Tagtäglich werden tausende Schlachttiere durch unterschiedliche Länder transportiert, nur um sie am Zielort zu schlachten. Es ist absolut erschreckend, dass es aus wirtschaftlicher Sicht günstiger ist, die Tiere lebend zu transportieren als geschlachtet. Das muss ein Ende haben und genau deswegen unterstütze ich das von Landesrat Gottfried Waldhäusl initiatierte überparteiliche Volksbegehren stoppt lebend Tier, Tiertransportqual, wonach Tiertransporte künftig nur noch bis zu dem nächsten Schlachthof erlaubt sein sollen. Und ich baue auch auf Ihre Unterstützung. Gemeinsam können wir diesem Umfug ein Ende setzen und für den Tierschutz ein wichtiges Zeichen. Danke.